Alldruck, brechen. Oh, jetzt haben die auch schon Schallock. Ich hab ein bisschen an. Aber der Französisch ist nicht zurückgekehrt. Wir sollten sie erpressen. Ohne Bücher kann ich nicht leben. Erpressen wir die mal. Hallo, wir möchten sie erpressen. Da werden wir mal geschreden. Aber warum denn nur? Ludwig. Wir wollen das doch nicht. Wir lieben dich doch. Ah, wir brauchen nur acht Städte. Das ist kein Problem für ein Mensch. Weiß nicht. Mit so vielen Landen, die wir haben. Wir sind Gold, wo die Städte noch hinstellen, ne? Oder das ist ja schon so viel Auswahl. Ganz ungenutzt nur Graufflächen. Er hätte draufgepackt. Banane gegen ein Schaf. Ich weiß nicht. Das ist so ruflisch. Da hab ich Zucker drauf. Mein ganzes Gold? Meine ganzen Steuereinnahmen wollen die dafür haben. Für ein bisschen Zucker und ne Banane. Und ne Krabbel. Ne. Haha. Also da soweit kommt's dann echt nicht. Und ne Krabbel würde ich auch noch haben. Hm. Simon Gulen, he? Nein, wir haben gerade selbst zu tun. Wir müssen doch einsetzen und uns voll zu Ende. Ach so, Ludwig kommt nicht nachher. Traut sich nicht über das bessere Gewässer zu schüffern. Ich bin nur noch mal ein Explosiv gebrochen. Vielleicht graben sie doch gerade einen Euro-Tunnel. Nein! Die wechseln sich ab, ey. Die drücken sich die Klingeln ein. Jedes Jahr kommt ein Anruf von denen, ne? Also, die Chinesen... Die Chinesen... Ich kann es nicht mürden. Ich habe eine wirkliche Schrift. Eine gute Stimme, hm? Ja. Eine gute Stimme haben wir schon. Hm. Eine Stunde on Air. Hierher? Banken sind gefährlicher als stehende Armler. Ja, ich muss sagen, zu dem Spiel fallen dann immer wieder Sachen ein. Ja, weil das ist ja schwer gut zu kommentieren eigentlich. Nee, ich muss das Erbo schütteln. Ich muss nicht so, dass mein... Es ist ein Fuß nicht gut. Oh, mein Enterfinger. Nein! Ich habe Angst, dass der abbrecht. Bei dem Spiel. Oh, Astronomie. Oh, Astronomie. Die kommt ja nicht. Komm doch mit euren französischen Freunden. Da sind sie schon. Ich habe ja auch eine Insel. Zeige ich denen, was Weltwirtschaftspolitik ist. Wenn wir aus dem Holz machen wir... Schuhe. Holzschuhe. Ich habe ja meinen, den ich nicht richtig danken ним. Es gibt ja keinen Allenten, dann müssen wir das übernehmen. Wir müssen doch drei Schuhe erfüllen. Das ist richtig. Oh, muss doch gar nichts sagen. Muss aber schon sagen... Das hat sich auch auf unserer Straße gleiches Netz. jedes einzelne szenario auf marathon sind wir mit 30 noch hier mit 53 machen ja mit jedes szenario werden wir auch nicht spielen doch wir müssen das einzelne antasten die leute wollen das sehen sie wenn wir hier finden und weiterentwickelt zu einem galaxis übergreifend ließ nicht erst mal ein paar ein stoppen zu setzen und zu müssen ja die kann man einfach nur ein paar szenarien müssen sich ein spiel nur 1000 folgen quasi Ja, dann ist es wirklich los Let's play endlos Nichts Die Valleon war liebens doch ja Gut Die wollen uns gerade mal 70 Gold geben, die machen im Fernsehen Wo ist unser eigenes Schiff? Ach scheiße, das habe ich auf Reise geschickt Aber mach dich Das grandioseste Ende für alle Ihr habt es ja so gewollt Meine Frau Zau mal ne moderne Armee Metall verfolgen Abpult Feige gepulpte Notbord Damit er halbwegs moderne Armee Okay Klar werden die Anderen langsam an Musketen arbeiten Oh, die wollen uns die Druckerpresse geben Hier mal Hier mal Wie beschreiben Wenn du etwas wirklich willst Musst du deinen Worten mit einer Waffe Nachdruck verleihen Wenn du etwas wirklich willst Musst du deinen Worten mit einer Waffe Nachdruck verleihen Soll ich nicht sagen Ich schalte sie keine Ruhe geboren können Es geht mir direkt rüberlaufen Bei uns gegen die Armee Na Paris soll nicht Einfach Paris In uns aufschulen Das ist kein Problem für in Paris zu oben So ein solches so wie es ist Ja, sie Wenn man alles los schickt, was wir zum Land noch eine Armee gesammelt haben Schafftsfleisch zuletzt noch überleben, den letzten Ort zu töten Da stehen alle Städte ungeschützt rum Das würde mir vorausbrechen Ja, stimmt Warum unsere Städte verteidigen Ist ja total absurd Muss lieb gehen Die haben nicht viel Eigentlich Ein paar bärtige Streitgolben Träger Ein bärtige Streitgolben Träger Ein bärtige Streitgolben Träger Ein bärtige Streitgolben Träger Das wären wir Axtkämpfer Männer Mit großem Herz Und großen Echsen Noch größeren Echsen Noch größeren Echsen 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 Runde um runde Ackert man sich hier durch Runde um runde wird mir hier beschissen Runde um runde Ach schön! Ich sehe ihn quasi am Notpol entlang. Diese scheiß Mucke. Nimm mal kurz. Ja. Ich habe nicht überhaupt eine Hürdebeaufnahme. Was denkst du? Das ist ja wohl ein Spiel. Los nicht, komm! Was denkst du? Was ist los? Ich bin gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr. Aber mittlerweile ist schon hier ja auch größer als hier in Möntgen. Ja, die sind ja auch nicht gewachsen. Ja, es wird uns ja wie, dass die da oben rumschippern und verfeuert werden. Die Deutschen fahren uns einfach hinterher. Die werden schon wissen, wo es hingeht. Die sind noch von hier. Ja, wir sind von hier. Ja, wir sind von hier. Die sind noch echt jungen. Ja, wir benutzen einfach die Triara als Brücke. Die rüberladen. Blub, blub. Wir gehen das tatsächlich ein bisschen. Freilich. Das geht, oh. Klops. Profitrick. Das ist der Profitrick. Ja. Oh, eine neue Zeit, Alter. Also hat es geiler. Das ist lang jetzt ein bisschen gelervt, oder? Von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen. Äh. Alter. Was macht dieser Hatzepur? Der? Ach, das ist Öl. Ach ja, hat'scheputt. Ach, man soll auch schon eher schaden. Ach, man soll doch nur Brulme. Einer reicht nicht. Nein, du rutsch echt raus gerade. Warum ist da gerade Öl eigentlich aufgetaucht? Weil wir die wissenschaftliche Methode haben. Und damit wissen wir was Öl ist. Bekönst du noch nicht mehr? Ach so, vorher muss ich mal gesehen. Ich hab's auch gefeiert, was auch rein war, wo ich gefunden hab was Ölisch.